Hallo und Willkommen zurück zu LEGO Star Wars. Die komplette Saga. Ja, lauf mal vor hier. Ich hab immer Angst, dass du mich abdrängst und ich runterfalle. Ich dräng dich nicht ab. Da ist Darth Maul. Höchstens den Darth Maul will ich abdrängen. Der will gerade verfolgen. Aber der macht jetzt einen fiesen Trick. Und lässt die Plattform verschwinden. Was für ein gemeiner Typ. Was für Walkie Talkie oder was er da in der Hand hat. Ja, ja. So weiter, komm mit. Es ist etwas Wichtigeres zu tun. Wir müssen den Commander ausschalten. Ja, das ist doch wichtig. Der Commander ist wichtiger. Tötet den Commander da in den gelben. Gut. Das ist immer mehr. Ja. Wo bist du denn? Du bist hinter mir. Gestorben war ich. Damit du mit dem blauen Licht schwörst. So, und auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Nein, 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 geradeaus weiter. Hier, folge mir, folge mir, folge mir. Ich folge dir. Bis zu meinem Tod. Tötet mal die anderen. So. Herz? Herz irgendwie. Ja. So. Ruidika. Ruidika. Mit einer Stammattacke, ne? Ich weiß wie es geht. Ich weiß wie es geht. Diese. Sehr viele habe ich schon gezählt. Au. Der erste habe ich gezählt. Den warst du. So. Wieso hast du eigentlich so wenig Geld nicht so viel? Weil du nach vorläufst und alles klaust. Ach so. 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 Du musst deinen Hegel gleichzeitig umlegen. So ist dein Hegel um. Den hier jetzt gleichzeitig? Ja, warte. Ich muss mal eben aufholen zu dir ein bisschen. So. So. Ja mach. So. Warte ist so. 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 Meine Güte. Du musst gedrückt halten. Da. Muss man gedrückt halten. Ich einfach nur O drücken. Äh Kreis. O drücken. Ja. Ich bin gewohnt, dass Buchstaben auf meinen Tasten sind. Deswegen nenne ich ihn manchmal auch D das Viereck. Weiß ich auch nie warum. So. Jetzt kommt der Kampf gegen Darth Maul. Du machst das neue Leidenspiel. Dann kannst du dich auch gar nicht beide gleichzeitig umlegen. Dann spielt der automatisch. So. Oh. Der erste Entgänger? Ja. Darth Maul erst endlich. Guck mal wie viel Leben der hat. Aha. Jetzt macht er seine erste Attacke speziell. So. Wir müssen zu dem rüber. Und seine Plattform zerstören. Da ist er. Ach man. Nicht so. Wie denn? Ich hab einfach nur Kreis gedrückt gehalten. Ja. Das ist doch nicht klar. Komm her. Ja. Du kannst ihn doch anreisen. Leid nicht mehr. Der Schlitter wird gerückt nicht zu dir. Oh nein. Oh. Oh. Meine Niere. Immer in meiner Niere. Enttäuscht mich mit meinem Schüler. Nein. Nein. Ich kämpfe bis zu meinem Tode. Gerade noch mal festgehalten. Ah. Hab ich Glück gehabt. Jetzt helf's mal mal gefällig auf. Bevor ich Geschichte denke. Ich bin tot. Ach du tust doch mal so. Zack. Wenn du mich nicht hättest. Ich wollte dir nur eins sagen. Nein. Nein. Ich weiß zwar nicht wie du heißt. Aber. Bitte verlass mich nicht. Du wärst der fürchterlichste Schüler gewesen aller Zeit. Ich geh dir einfach kai zu. Tja. Tja. Jetzt müsste eigentlich noch ein Abschlussfilmchen kommen. Weil ich mir nicht irre. Okay. Das schaffen wir noch in der Zeit. Ja. Passt. 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 Ich hab alles im Publik. Ich hab dich. Was denn? Was? Ja. Warum feiern wir eigentlich? Bist du gestorben? Ja. Aber wir haben den Krieg beendet. Ja. Aber da müssten wir eigentlich traurig sein. Naja. Abflussfeier gibt es ja auch. Also kommst du in der Episode 2 nicht mehr vor. Nein. Also zumindest ist Koi-Gon nicht mehr. Als Anakin. Und als würde ich so. Aber der Wien kann dir alle Teile überleben. Wir haben es durchgespielt! Yeah! Ja, die erste Episode haben wir durchgespielt. Es folgt noch fünf. Okay. So, das heißt, das war's für diese erste Episode der Star Wars Reihe. Wir melden uns wieder bei der nächsten... Ach, wollen wir nicht den Abstand durchlaufen lassen? Den Abstand durchlaufen lassen? Ja, brauchen wir nicht. Kommt drauf an, dauert der lange. Ich hab keine Ahnung, ich hab ihn mir nicht vollständig angesehen. Ah, das geht ja. 6,1% Ja, achso, ja. Und kommt mit ein Spiel geschafft. So. Was ist das denn hier? Scharfstellen. Für schwarze Bildschirme? Ja, er lädt. Ach, für schwarze Bildschirme raus, so ein schwarzes Scharfstellen. Okay, jetzt sind wir wieder in der Cafeterie, oder was das hier ist? Genau, die Kantine ist das wieder. Wie ihr seht, haben wir hier erfolgreich alle Kapitel geschafft. 2, 3... Wo steht das? Was machst du? Steht das da, dass wir das jetzt geschafft haben? Wenn die Knappe grün sind, heißt es, da kannst du reingehen und in den Dingern sind free... Achso, wir könnten theoretisch schon zum sechsten Kapitel gehen. Nein, wir könnten theoretisch sofort in Kapitel 6 gehen. Ja, aber es ist doch scheiße. Das ist doch noch das mal? Das ist dieselbe Episode, das ist einfach nur... Die kannst du jetzt normal spielen. Achso, okay. Ich dachte, die 1 wäre hier hinten gewesen. Du bist dann 6 reingegangen. Die ist ja auch vorhanden. Der selbe Teil. Achso, wahrscheinlich ist das dann... Das ist die erste Episode vollständig. Achso, die zweite Episode, die ist hier gar nicht. Die zweite Episode ist hier nicht. Da müssen wir wieder in die Kantine. Komm mit. Da, jetzt können wir die zweite und die dritte... Okay. Achso, wir können ja alle schon. Okay. Warte mal. Was? Nee, doch können wir schon. Okay, ich reingehen. Okay. Dann beenden wir jetzt hier, würde ich sagen. Zweite Episode, würde ich sagen. Dann würden wir den nächsten Part starten. Genau. Euer Kaito und... Und euer Demenzio. Ciao. Ciao.